Sind Sie auf der Suche nach einer innovativen Produktidee, die Ihre Zukunft mit Umsatzzuwächsen noch vor sich hat? Wir sind stolz darauf, dass wir in einer Entwicklungsphase von sieben Jahren mit einem hohen Kapitaleinsatz ein Produkt geschaffen haben, was jetzt in der Startphase ist. Sind Sie kaufmännisch vorgebildet und sehen Ihre Stärke und Bestimmung im aktiven Vertrieb? Der ideale Lizenzpartner sollte unserer Meinung nach eine kaufmännische Vorbildung haben. Sind Sie in der Lage, auf Leute zuzugehen und Absatzmittler einzuarbeiten, die ihren Umsatz noch erhöhen? Jeder alleine ist im Markt sehr, sehr anfällig. Und wer sich heute uns anschließt, ist mit Sicherheit irgendwann der Gewinner und wird an diesem System partizipieren. Sind Sie Vertriebsprofi, verfügen über Führungsstärke und suchen eine neue Herausforderung als Unternehmer? Wir bieten eben eine einzigartige Produktreihe, die es sonst in dieser Form nicht gibt, weil wir ein europaweites Patent haben. Wollen Sie dabei nicht bei Null beginnen, sondern vom Erfolg einer einzigartigen, europaweit patentierten Geschäftsidee profitieren? Wir wollen nicht nur ein Produkt in den Markt bringen, was allen gefällt, sondern unser Partner soll mit uns gemeinsam viel Geld verdienen. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Wenn Sie die meisten Fragen für sich mit Ja beantwortet haben, dann sind Sie der ideale Lienhoop-Partner. Lienhoop, der ganz andere Wintergarten. Ein Franchise-System, auf das Sie ihre Zukunft bauen können. Der ideale Lizenzpartner sollte in seinem Leben noch was erreichen wollen und sollte deshalb auch den Biss und den Ehrgeiz haben, zum Erfolg zu kommen. In Deutschland gibt es etwa 15 Millionen Ein- und Zweifamilienhäuser mit Terrasse. Eine von Lienhoop 2002 in Auftrag gegebene Marktuntersuchung besagt, dass ca. 9% der Hausbesitzer, in Zahlen 1,4 Millionen, auf ihrer Terrasse gern einen Wintergarten hätten. Noch viel größer ist der Anteil an Terrassenbesitzern, der sich mit der Markise als reinem Wetterschutz nicht zufrieden gibt. Jeder der etwa 15 Millionen Terrassenbesitzer braucht deshalb mehr als eine Markise. Er braucht so etwas wie eine überdachte Terrasse. Eine Terrasse erster Klasse. Warum ist die Produktidee so erfolgversprechend? Weil wir einen unheimlich interessanten Markt entdeckt haben. Der liegt genau zwischen einer Markise und einem thermisch getrennten Wintergarten. Dieser Markt ist unbesetzt. Wir können das mit unserem patentierten Produkt wunderbar besetzen. Und sind stolz darauf, dass wir in einer Entwicklungsphase von sieben Jahren mit einem hohen Kapitaleinsatz ein Produkt geschaffen haben, was jetzt in der Startphase ist. Und wie jeder weiß, hat jedes Produkt einen Lebenszyklus von mindestens 10 bis 15 Jahren wir in der Startphase sind. Und wer sich heute uns anschließt, ist mit Sicherheit irgendwann der Gewinner und wird an diesem System partizipieren. Lienhoop, der ganz andere Wintergarten, bietet Allwetterschutz durch ein vorteilhaftes Modulsystem im 25 cm Raster. Anpassbar auf praktisch jede Terrassengröße. Stabil, weil Modulrahmen wie Fenster, Tür und Wandelemente aus hochwertig pulverbeschichteten Aluminiumprofilen bestehen. Wind- und frostsicher, weil mit bruchsicherer Hochleistungsglasfolie bespannt. Komfortabel, weil durch eine transluzente Membranbespannung beschattet und durch regensichere Lüftungsklappen belüftet. Die Membranbespannung hält selbst stärksten Belastungen stand. Lienhoop, ein Franchise-System, auf das der Markt gewartet hat. Europa patentiert und ohne Mitbewerber. Mit einem Potenzial von ca. 15 Millionen Ein- und Zweifamilienhausbesitzern. Machen auch Sie diesen Markt zu Ihrem Markt, wie es andere bereits vor Ihnen getan haben. Als Lizenzpartner der Firma Lienhoop in Euthen bei Bremen. Die Lienhoop Patente Modulbausysteme GmbH. Alles andere als ein Newcomer. Immerhin blickt das inhabergeführte Unternehmen auf eine über 60-jährige Firmengeschichte zurück. Beginnend mit der Fertigung von LKW-Planen konnte sich Lienhoop im Laufe der Jahrzehnte zusätzlich als kreativer Hersteller und Vermieter von Zelten und Hallen, z.B. für die Hotellerie und Gastronomie, einen Namen machen. Bei der jahrelangen Konzipierung und Weiterentwicklung des ganz anderen Wintergartens konnte Lienhoop auf einen Jahrzehnten gewachsenes Know-how bauen. Es ist dieses Know-how, das Lienhoop der ganz andere Wintergarten zu einem Spitzenprodukt werden ließ. Wie vielfältig die Produktreihe des ganz anderen Lienhoop Wintergartens ausfällt, wird dem Wintergartenausstellungspark bei Lienhoop in Euthen deutlich. Was kann ein Lizenznehmer von einer Franchise-Partnerschaft mit Lienhoop erwarten? Wir bieten eben eine einzigartige Produktreihe, die es sonst in dieser Form nicht gibt, weil wir ein europaweites Patent haben. Und wir bieten ja unserem Partner einen Gebietsschutz. Das heißt, er kann in seinem Gebiet sich frei bewegen, ohne Angst zu haben, dass es einen Konkurrenten gibt. In dem Gebiet, wo er selbst nicht tätig sein kann, weil er logischerweise vielleicht 30 bis 50 Kilometer um seinen Standort herum tätig ist, Dort kann er eben Absatzmittler einsetzen, die ihm zuarbeiten. Und da bekommt er für Verkäufe, die er selbst nicht tätigen würde, bekommt er immer noch Provisionen. Kooperation bestimmt im immer härter werdenden Wettbewerb das Handeln von Unternehmen, um sich langfristig behaupten zu können. Das gilt in besonderem Maße für kleine und mittelständische Betriebe. Klaus Heckert ist seit Jahren erfolgreicher Lienhoop-Lizenzpartner im Raum Mannheim. Es kann kein zweiter Anbieter hier in unserem Postleitzahlergebiet geben, da wir ein geschütztes Gebiet haben, Mannheim-Heidelberg. Und wenn ich hier ein Angebot mache, dann muss es der Kunde entweder bei mir kaufen oder er bekommt es einfach nur nirgends. Und da die Firma Lienhoop europaweit dieses Patent hat, gibt es also hier auch keinen Mitbewerber. Verbessern auch sie ihre Schlagkraft im Markt. Als Lizenznehmer des einzigartigen Lienhoop-Systems, im Verbund mit anderen erfolgreichen Partnern. Als Lizenznehmer von Lienhoop erhalten sie Gebietsschutz für ein Areal in der Größe eines halben, zweistelligen Postleitzahlgebietes. Jeder alleine ist im Markt sehr, sehr anfällig. Ich vergleiche das immer mit dem großen Fisch. Ein kleiner Fisch wird von dem nächstgrößeren gefressen und so geht es in dieser Reihenfolge weiter. Und der größte Fisch frisst daher alle. Und wenn wir viele Partner zusammen bekommen, die an unserer Idee teilhaben, dann sind wir ein riesiger Fisch. Wir sind fast uneingreifbar und haben den Markt für uns im Griff. Als Lienhoop-Lizenzpartner können Sie sich ab sofort auf das konzentrieren, was Sie am besten können. Verkaufen. Verhandlungen mit Lieferanten. Erstellung professioneller Werbe- und Präsentationsmaterialien. Schulung Ihrer Monteure. Vergessen Sie es. Um all das kümmert sich die Lienhoop-Zentrale. Sie kümmern sich um ihre Kunden. Kunden, die vornehmlich der Altersgruppe 50 plus zuzuordnen sind. In der Regel gleichbedeutend mit seriös und guter Zahlungsmoral. Dann war die Unterstützung seitens der Firma Lienhoop auch insofern vorhanden, dass Nummer eins erstmal Schulungen stattgefunden haben. Sowohl Montageschulung, an der ich auch mit teilgenommen habe, als dann auch später Verkaufsschulungen. Und die haben mir sogar für mein bisheriges Geschäft was gebracht. Wenn der Kunde nicht zum Produkt kommt, muss das Produkt zum Kunden kommen. Die Präsentation eines Lienhoop-Wintergartens auf einem Lienhoop-Mobil, zum Beispiel in einem Einkaufszentrum, vor Gartenzentren oder auf Regionalmessen, ist Teil eines professionellen Marketingkonzepts. Eine gute Entlastung für jeden Lienhoop-Partner. Er setzt sich eigentlich in ein gemachtes Nest. Er muss sich so weit um dieses Produkt, um den Verkauf, die ganze Ordner und so weiter, überhaupt nicht kümmern. Und das bekommt er alles von der Firma Lienhoop. Und er kann eigentlich morgen beginnen mit dem Verkauf. Das Wichtigste ist das eigene Engagement, der eigene Einsatz, der Wille, die Begeisterung für die Sache. Und dann muss man einfach mal richtig loslegen. Das Potenzial an Kunden, die unseren Lienhoop-Wintergarten, ich sag mal, gebrauchen können, oder die ihn dann mit Sicherheit richtig schön finden, das ist riesig. Mit Lienhoop arbeiten heißt, sofort erfolgreich sein, mit einem am Markt bewährten System. Verlieren Sie keine Zeit und kein Geld damit, eigene Geschäftsideen erst auf Ihre Marktfähigkeit zu testen. Setzen Sie auf ein System, das seine Zukunftstauglichkeit mehr als bestanden hat. Und das ohne jede Konkurrenz. Lienhoop. Der ganz andere Wintergarten. Ein Franchise-System, auf das Sie Ihre Zukunft bauen können. Wenn Sie unser Konzept angesprochen hat und Sie Ihre unternehmerische Existenz durch eine Lienhoop-Lizenzpartnerschaft mit Erfolg krönen oder sich mit Lienhoop ein zweites, lukatives Standbein aufbauen wollen, dann vereinbaren Sie einen Termin mit uns. Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und stellen Ihnen zum Beispiel einen Businessplan auf. Sprechen Sie uns jederzeit gerne an. Wir freuen uns auf Sie. Sprechen Sie uns jederzeit gerne an. Wir freuen uns auf Sie. Untertitelung des ZDF, 2020